Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind momentan dran und in der Pause und wollte euch gerade mal zeigen, wie es aussieht. Das ist jetzt der Zwischenstand und ich gehe gleich nach oben und zeige es euch von dort auch noch. Genau, so sieht es jetzt hier oben aus. Aber das Chaos hält sich noch in Grenzen. Genau. Und ich gehe wieder runter. Wollte euch nur das gerade noch schnell zeigen. Als Zwischenstand. Ich habe gerade gesehen, dass wir ein Paket bekommen haben. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich werde jetzt gerade schon einmal reinschauen. Ja, mal schauen. Okay, das und das ist angekommen. Ein paar Strümpfe und für den Air Fryser ein Profikit zum Backen. Ich nehme mal an, dass es für die Schwiegereltern ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht bestellt. Aber gut. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ihr habt vergessen, mir da was zu erzählen. Aber egal. Es ist nur was Kleines. Genau, ich bin gespannt, wie weit sie heute kommen. Wir wollen ja den ganzen Durchbruch und so heute machen. Und morgen kommt die Treppe dann. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Und... Ciao, ciao. Ich habe das. Ich habe das okay bekommen, aufzumachen. Ich kann irgendwie gerade nicht suchen. Keine Ahnung. Aber da sind die viel zusammen. Ich finde das einfach nur schön. Und ja, genau. Ich werde mich später wieder melden. Ähm, wohl dann morgen früh wieder. Weil am Abend bin ich arbeiten. Und ja. Genau. Morgen Abend bin ich arbeiten. Äh, morgen Abend. Ja, auch. Morgen früh melde ich mich wieder und zeige euch, was gegangen ist. Und ja. Bis dann. Kurzes Update. So sieht es jetzt aus. Es bleibt natürlich jetzt hier unten. Es geht voran. Mehr oder weniger. Und wir haben heute Donnerstag. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte euch gerade schnell zeigen, wie es hier oben aussieht. Ähm, sind ja ein paar Tage vergangen. Und ja. Ja. Es klafft immer noch ein Loch. Da sollte man nicht gerade rüber gehen, wenn man nicht gerade lebensmüde ist. Ja. Dann sieht es auch so schön noch mal rüber. Ja. Das kommen sie erst am Dienstag machen. Und ich bin jetzt hier im Schlafzimmer. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber ich wollte jetzt unbedingt die Wäsche machen. Da ist der Hund. Da ist der Hund. Mäuschen. Ja. Nika. 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 Was ist? Hat das Gefühl, sie kriegt ein Leckerli. Aber das gibt es jetzt nicht. Genau. Eben die Wäsche. Das ist Schmutzwäsche. Und eben der in den schwarzen Sack. Ja. Ich würde mal sagen, ich fange an, dass ich fertig werde. Weil dort in dem Schrank ist noch nichts eingeräumt. Und ich möchte hier drin endlich eine Ordnung haben. Weil ich muss auch hier einmal durchsaugen auf jeden Fall. Man sieht, glaube ich, den Schmutz da. Nicht weiter schlimm. Aber ja. Was das gemacht wird. Genau. Ich mache mich an die Arbeit. Bis gleich. Ich habe es geschafft. Boden ist sauber abgesaugt. Auch alles gut. Das ist der Staubsauger. Aber ja. Mein Ziel ist das, dass es hier immer so aussieht. Außer bei den Wäschekörben. Ähm. Der weiße, der wird weggeschmissen. Bei mir ist da ein Henkel abgebrochen. Aus Versehen. Und da in dem Grauen sind noch Socken zum Zusammenlegen. Aber ich habe keinen Bock mehr. Und ja. Und schaut mal hier die Aussicht. Hm. So schön. Genau. Und ich werde jetzt mit Reader. Hoppala. Ähm. Mit Nika runter gehen. Weil hier ist soweit alles gut. Und ja. Genau. Ich werde jetzt runter gehen. Nika. Komm. Wir gehen. Da kommt sie. Ich weiß genau, dass ich hier aufpassen muss. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn die Treppe drin ist. Genau. Ich gehe jetzt mit ihr runter. So. Ich wollte mich nur schnell verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das Ergebnis seht ihr dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.